Das nochmal der Gäste im Freies Leben. Ich möchte etwas noch zum Thema persönlich im Wort PLL sagen, denn letztlich diese Informationen hängen ja mit ganz realen Personen zusammen und insofern ist es ganz wichtig, sich bewusst zu werden, wen gibt es denn da alle und wen könnte es da alle noch geben. Und ich möchte es nochmal ganz kurz zeigen bei mir. Ich bekomme ganz viele Informationen und stelle auch zur Verfügung von der Ilona Buchheim, die sehr viel zum MOOC macht oder zum Thema offene Bildungsressourcen. Oder mit der Monika König, mit der Mons, mit der ich über Twitter sehr viele Informationen austausche. Oder die Srandra Schön, ebenfalls zum Thema offene Bildungsressourcen und überhaupt zum Thema Bildungsthema. Oder mit dem Avediran, ein ganz besonderer Mensch, den ich die Ehre hatte, auch wieder in Berlin beim Konferenz des Applied Impulsation Network wieder zu treffe. Ein ganz besonderer Mensch. Oder die Susanne Burgstaller, mit der ich gemeinsam nicht nur Informationen austausche, sondern auch gemeinsam Veranstaltungen initiere. Oder natürlich auch die Anja Wagner vom UN-Uni TV. Ja, all das sind Menschen aus meinem Netzwerk und da gibt es noch viel, viel mehr. Und vielleicht auch dich. Also, ich würde mich freuen, etwas von dir zu hören.